Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren, dieses Mal richtigen Altcoin-Update-Video. Wir schauen uns heute Bitcoin Cash an. BCH ist ein bisschen still geworden, wurde sich aber gewünscht. Deswegen dachte ich mir, okay, wir schauen uns das ganze Ding mal ein bisschen genauer an. Was hat sich hier die letzten Wochen, Monate getan? Wie ist so ein bisschen die Analyse kurzfristig, langfristig? Und wie sehen vor allem so ein bisschen Market Cap etc. pp. aus? Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn es ein neues Altcoin-Update-Video gibt. Ansonsten Kommentare hinterlassen mit euren weiteren Altcoin-Update-Wünschen, damit wir jede Woche immer ein paar Altcoins jetzt angucken, solange wir noch in so einer Seitwärtsphase oder Korrekturphase sind derzeit. Solange lohnt es sich auf jeden Fall noch weiterhin Altcoin-Update-Videos zu machen. Und ansonsten, wenn ihr das natürlich auch kaufen wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort kriegt ihr eigentlich alles von Low Caps bis Mid Caps und natürlich auch die großen Kryptowährungen. So, jetzt fangen wir aber an direkt mit Bitcoin Cash. Momentan bei 236 US-Dollar, sehr, sehr ruhig. Ihr seht es auch hier in dem normalen Chart, wenn wir uns mal so den Jahresverlauf angucken, sehr, sehr viel seitwärts. Wir hatten hier mal diesen Push im Juni 2023, also schon wieder ein halbes Jahr her, wo es dann mal 100% Pump gab. Langfristig All-Time-High hatten wir hier bei 3.900 US-Dollar. Aber ich sage schon mal vorweg, ich glaube nicht, dass wir diese Preise noch einmal sehen. Wir hatten hier bereits einen schönen Bullrun 2017. Dann nochmal hier 2021, wo wir dann nochmal einen Hoch hatten auf 1.450 US-Dollar. Das heißt ja, hier hat sich der Preis schon nur noch halbiert. Dann müssen wir natürlich auch mit unseren kommenden Zielen etwas pessimistischer sein, was denn überhaupt möglich ist. Schauen wir uns mal ganz kurz die Analyse an. Also momentan, wie gesagt, bei 236 US-Dollar und ihr seht schon, die letzten sechs Monate befinden wir uns hier in einer langweiligen Seitwärtsphase beziehungsweise in einem kleinen Aufwärtstrend, der sich immer hier wieder mit höheren Tiefs erst einmal strukturiert hat. Ansonsten nach oben hin, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, haben wir so ein bisschen Probleme hier. Wir beziehen mal ganz kurz das Fit-Level von unserem High zu unserem Low, dass wir hier über das Golden Pocket hier drüber kommen. Also das heißt, der Widerstand hier oben bei ungefähr 270 US-Dollar ergibt schon Sinn. Wir hatten hier immer wieder einmal versucht, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, insgesamt sieben, achtmal haben wir es versucht, über das Golden Pocket zu kommen, sind nicht drüber gekommen nachhaltig und deswegen immer wieder zurückgebounced. Also wenn wir uns das mal nur so angucken, nur mit FIP und gerader Linie, lässt sich hier erkennen, okay, wir haben hier so eine Art Ascending Triangle, was sich hier bildet, also einen aufsteigenden Trendkanal. Sieht schon mal nicht so schlecht aus volumentechnisch. Ja, ein bisschen grauenhaft, was hier die letzten Stunden oder die letzten Monate, besser gesagt, hier passiert nämlich gar nichts. Also Kurs scheint erst einmal komplett tot zu sein. Kurzfristig könnten sich hier auch nochmal gute Short-Möglichkeiten ergeben, wenn wir uns mal noch das Fit-Level von unserem letzten High bei knapp 300 US-Dollar bis zu unserem letzten Tief bei 218 US-Dollar ziehen. Seht ihr hier oben bei ungefähr 265 bis 273, genau da, wo auch unser übergeordnetes Golden Pocket liegt. Also da, wo wir jetzt schon achtmal hintereinander rejected worden sind, dass auch hier das kleine Golden Pocket liegt. Plus wir haben hier noch eine Ineffizienz hier oben in diesem Bereich. Das heißt, hier diesen Bereich sollte man mal im Blick behalten für einen potenziellen Short-Trade, um dann hier unten möglicherweise sogar wieder eine kleine Swing-Position aufzumachen und diese dann für ein mögliches Breakout vorzubereiten. Das heißt, wir haben hier kurzfristig auf jeden Fall mal eine Chance, sollten wir hier nochmal hochkommen, diesen Bereich im Auge zu halten. Übergeordnetes Golden Pocket, kleines kurzfristiges Golden Pocket, plus Ineffizienz, plus einigermaßen Volumen, was hier eben noch in diesem Preisbereich zu finden ist. Gehen wir jetzt mal in die größeren Timeframes. Hierzu machen wir aber hier die ganzen Golden Pockets mal wieder weg. Die könnt ihr euch dann noch selber einzeichnen und schauen uns mal so das gesamte Chartbild an. Also, nachdem wir hier unser schönes Breakout hatten damals von Kursen bei 150, das haben wir gerade eben bei CoinMarketCap schon mal ein bisschen genauer angeguckt, bis auf über 300 Dollar gab es den ersten Abverkauf. Da können wir auch mal ganz kurz gucken, wo dieser Abverkauf denn hingeführt hat. Von unserem Tief zu unserem Hoch sehen wir, okay, wir haben das Golden Pocket getestet. Das heißt, wir haben ein höheres Tief gebildet und von hier aus eine neue Aufwärtsbewegung jetzt in den letzten sechs Monaten erst einmal gestartet. Wir sind, wie gesagt, über dieses Übergeordnete noch nicht drüber gekommen. Das heißt, wir sind momentan einfach in einer kleineren Konsolidierungsaufwärtsphase. So, wir haben da unten natürlich ordentliche Gaps noch hinterlassen, beziehungsweise ordentliche Ineffizienzen mit sehr, sehr viel Volumen. Ich würde mal nicht abschreiben, dass wir solche Preisbereiche noch einmal sehen werden. Vor allem hier dieser Bereich zwischen 150 und ich sage es mal 140 US-Dollar. Das wäre auch für alle, die hier kaufinteressiert sind, könnte man hier mal eine 25% Order reinlegen und die zweite 25% Order dann wahrscheinlich hier unten bei 111. Es ist zwar oder würde bedeuten, dass wir hier nochmal einen 50% Crash kriegen, aber wir wissen nicht, was noch bis zum Halving passiert. Es geht hier bei diesen Altcoin-Videos vor allem darum, euch Kaufzonen zu bieten, wo man möglicherweise einsteigen könnte, um dann sich hier eine Position zu erarbeiten. Und da gibt es momentan eben nur diese drei Möglichkeiten mit eben diesen FIPS plus diese Zonen hier, die sich sehr, sehr gut eignen. Das heißt, dann noch eine Kaufposition hier im Fibonacci Retracement Level im Golden Pocket zwischen 173 bis, ich sage jetzt mal hier grob, 187 US-Dollar. Plus, wenn ihr jetzt einsteigen wollt, dann jetzt auch mit 25%. Das heißt, ich würde hier in vierer Steps reingehen. Ich sage es persönlich, ich habe keinen Bitcoin Cash im Portfolio. Ich werde hier auch nicht reingehen mit 4,6 Milliarden Market Cap. Das ist jetzt für alle, die, wo sich das gewünscht haben, wären das potenzielle Nachkaufzonen, die ich hier mal vorher eingezeichnet habe. Man muss hier bis auf 50% runtergehen, weil ihr seht es selber hier unten. Wir haben hier sehr, sehr hohe Volumencandles, die einfach nicht abgeholt wurden. Plus, wir haben hier nochmal die Mahnzonen auf dem Daily-Time-Frame plus ehemalige Widerstände, die noch nicht bestätigt wurden. Also, das sind die Kaufzonen auf jeden Fall für alle langfristig. Preiszieltechnisch macht es das Ganze natürlich schwer, weil das hier ist nicht das All-Time-High. Wir haben es gesehen, All-Time-High waren 3.900 US-Dollar. Das ist jetzt hier nur dabei bechart. Aber trotzdem, wir versuchen vom letzten All-Time-High bis zu unserem Tief bei 87 US-Dollar, wäre es schon mal phänomenal, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir hier ein 4X überhaupt hinkriegen. Es würde technisch ins Golden Pocket auf jeden Fall passen, weil ihr seht hier selber auf Daily-Sicht, liegt hier oben eine perfekte Supply-Zone. Also hier vor diesem Abverkauf, hier diese Zone, die liegt hier zwischen 987 bis knapp 1154. Und das ist für mich ehrlicherweise auch erst einmal das bullischste Ziel in diesem Bullenmarkt. Nachdem wir den letzten Bullenmarkt, unser All-Time-High von 3.900 US-Dollar nicht erreicht haben und wir derzeit bereits eine Market-Cap von 4,6 Milliarden haben und jetzt schon noch von einem 4X ausgehen, dann wären wir bei ungefähr, jetzt mal grob überschlagen, 18 bis 20 Milliarden Market-Cap. Das ist sehr, sehr viel für Bitcoin Cash, wo es sehr, sehr ruhig geworden ist. Es würde charttechnisch auf jeden Fall Sinn ergeben für alle, die hier interessiert sind. Ich meine, man kriegt hier einen relativ guten Entry, sollten alle Positionen abgeholt werden. Wie gesagt, ich gehe hier nicht rein. Und dann kann man auch hier beim 0,236er, vor allem beim 0,5er und dann hier oben in diesem Golden Pocket auf jeden Fall Profite nehmen. Es würde passen, wie gesagt, Ineffizienz, Supply-Zone plus das Golden Pocket. Die Überschneidungen in diesen Bereichen sind einfach phänomenal groß. Also schaut euch das Projekt gerne nochmal an, wenn ihr da interessiert seid. Das wären jetzt meine potenziellen Kaufzonen für die nächsten Wochen und Monate. Wie gesagt, wir haben hier momentan einen aufsteigenden Kanal. Wir haben hier aber auch kurzfristig noch einmal eine Short-Möglichkeit für alle, die das auch noch einmal traden möchten. Man muss dazu aber auch sagen, das ganze Ding ist für mich immer noch in der Abwärtsphase, nachdem unser letztes Zwischenhoch hier oben bei knapp 390 US-Dollar lag. Das heißt, die Chance, dass wir hier eben nochmal runterkommen, ist immer noch da. Ja, deswegen hier in 25%-Schritten einsteigen, macht meiner Meinung nach am meisten Sinn der Zeit. Und jetzt schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Seid ihr bereits investiert, seid ihr nicht investiert? Schreibt es unten rein und natürlich auch weiterhin eure Altcoin-Wünsche. Wir hören uns auf jeden Fall zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.